Frieden, 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 Frieden! Frieden, 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 Frieden! Froden Teilen, Froden Teilen, Froden Teilen! Wir sind hier, weil wir Stuttgart 21 die Milliardenwahn sind, verhindern wollen. Stuttgart 21 ist mit der Neubau-Strecht in Sofa 14. Und wir wissen, dass die Neubau-Strecht frontig zur Rechnung zurückgehalten wird. Das kann nicht sein, wenn wir versuchen würden, mit dem Abschluss des Nordrügels zwangsläufig Kassa zu schaffen, um ein Projekt, das nicht rechtlich ist, nicht grundsätzlich ist. Und dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sinken wollen, einfach so die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger durchzudrücken. Deswegen sind wir heute hier und friedlich! Applaus Und was auch klar ist, wir wollen nicht Stuttgart 21, wir wollen nicht die Milliardenwahn sein, aber wir zahlen natürlich auch nicht für sie einsatziert. Wir haben alleine die Bahn AG und die Tunnelpartei zu verantworten. Das ist nicht unsere Schuld. Wir wehren uns hier friedlich dagegen, dass ohne Bürgerentscheid über unsere Köpfe hinweg eine kleine Idee den Ratscheufern und des Parlaments laufen, wo noch lassen zu können, was sie für richtig einsetzen. Bravo! Bravo!